Flutti, Fischi, oder doch erstmal mit den anderen weitermachen. Komm, nehmen wir Juni. Hörst du? Juni-chan, hast du heute mit der Nebugi-Jahre zusammengekommen? Du hast eine急 Arbeit, weil du sagst, dass du nachher kommen kannst. Du hast drei Leute, woher zu gehen? Ich glaube, es ist sicher, dass es sich um die 3-4-4-4 ist. Hm, ich glaube, es gibt noch jemanden. Ah, Leptune-chan, schönes Zeit! Hey, du kommst jetzt zum Dungeon! Oh, ich bin Tateak? Das ist nicht so. Okay. Neppgea-chan, ich habe gesagt, dass du ein Arbeitsteller hast, aber... ...Neptune-san nicht? So, so. Weil Nepp die Arbeit nicht macht. Ne? Wie gesagt, Nepp arbeitet doch nicht. Sie führst Podding und macht Unsinn. Was? Das ist... ...ehm... ...ich muss man nur arbeiten. Man muss Stress machen. Ich habe mich nicht mehr als ...ein ...ein ... ... ... ... ... ... Was ist das, was der Stress? Es geht nicht darum, dass ich es nicht. Wenn ich das sage, dass ich jetzt alle arbeiten. Ich denke, dass ich es so schwer bin. Ich denke, wenn ich ein paar Mal probiere, dann kann ich es gut machen. Wir haben heute schon gelernt. Na, Lom-chan? Oh, du bist auch ein wirklicher Kind. Na-de-gü-li, na-de-gü-li. people! Ich will doch auch Ron- Ноar-ails-Märge! Stimmt's, als ich möchte Ron-Maar-ияgen-Märge-Märge-Märge-Märge? the best! Dann müssen ich auch Ron-Maar-Weich-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge-Märge! Ich fühle mich noch, dass ich mir am... Oh, das ist so glücklich. Oh, das ist Ninja. Oh, das ist ein Ninja-Kanke. Ist das so ein Ninja-Kanke? Ja, das ist gut, aber... Aber ich glaube, das ist nicht so, dass ich diese Partei nicht so gut bin. Dein freiwillig nehmt ich Kappa. Soll ich es nicht, Ryuna, die sich als Seikistin zuerst beherrscht, so wie es eine andere Sprache gibt. Das ist eine Frage, oder? Du kennst dich? Wenn du mit dem Namen Ril... 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 Rilphi bist, dann bist du so ein Mann. Ich habe mir gehört, dass ich Rilphi von Rilphi sage. Dann wirst du bescheid, ne? Das ist nicht so. Ich glaube, es gibt einen schönen Mann, wie ein Mädchen-Kirra für die Frauen-Kirra. Das ist ein Mensch. No... No-Ar-R! Huh? No-Ar-R? Huh? No-Ar-R war tatsächlich ein Mann. Der Mensch war eine Frau. Der Mensch war eine starke Frau. Die Möglichkeit ist sich auf einer riesigen Rettung. Huh? Huh? Der Hörger hat! Die Zündela hat... Ich habe meine頭... B-Bakasen! Ich bin der Mann, aber... Huh? Der Hörger? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber hey, Event-Time. Die Mannschaft-Kiräle sind nur eine Person, wenn sie sich nur eine Person befinden. Es ist nicht nur noch eine Identität der Novaru, sondern wir sind nicht so stark, oder? Die Wachen sind männlich und so gewesen. Aber trotzdem. Also, du hast gesagt, das ist nicht anders, was du sagst. Holla, die Weitwebenblor. Was hast du dazu zu sagen? Heute ist es nur ich und Bail. Vielleicht ist es ein wunderschönes Zusammenhang. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich bin ein wunderschönes Beispiel. Ich bin ein wunderschönes Beispiel. Ich bin ein wunderschönes Beispiel. Was ist das? Du kannst du das, wenn du sie auswählen kannst. Du bist zwei. Du bist so lustig, was du sagst. Was ist das? Du hast eine solche Schleuchte, oder? Nuh? Just rage quit. Why do you want to rage quit? You got to get集, don't you? Get up, don't you? Oh, I'm not going to go. I'm not going to go to the same time. I'm too angry. I'm dying. So ganz, äh, äh, ne? In kleinem Detail. Aber ich hab so das Gefühl, ganz unten links ist ja ein Charakter ohne Gesicht. Ne? Ähm, männlich. So, ähm, dann haben wir rechts daneben noch einen Charakter, der irgendwie ein bisschen wichtiger aussehen kann. Genauso wie rechts neben Tamsoft irgendwie noch ein Charakter, der irgendwie wichtig... Moment, das ist die, die äh, sag schon, die die Musik auswählen kann. So. Aber die die Links da, die hab ich auch irgendwo schon gesehen in diesem Spiel. Ich kann mich grad nur noch nicht erinnern, wo. Naja. Äh, äh, du wirst jetzt nicht mehr losgehen? Aber du hast eine sehr rarische 光kei gesehen und erinnert sich, dass du erinnert. Das war ein Blanc-Event. So, jetzt die Frage. Zuerst Pichy? Natürlich zuerst Pichy. Okay, 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 Leute. Ähm, fassen wir zusammen. Pichy. Kleines Kind, fünf Jahre alt. Hat immer viel Energie parat. Ihre Tackles sind so stark wie von einem Pro-Wrestler. Und sie ist fucking klein. Good job. Good job. Auf dieses Kind würde ich nicht gerne aufpassen wollen. Hust. Hust. Es sei denn, es ist Pichy. 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 Wir haben den Ring eigentlich noch nicht mal Story, aber... ne? Wir haben den Ring, oder? 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 Jetzt ist die Frage... Können wir in Pichys... Moment, existiert die überhaupt wirklich? Nein. Hätte mich auch gewundert. Weil dort Sachen einzutraden, einfach nur so, damit wir es füllen und am Ende einen Story-Event-Abschnitt hätte... Denke ich, hätten die einfügen können. Vielleicht kommt das später noch, aber... Ne, für eine Trophäe, oder ein Event, oder so'n Spaß, aber... Wie ist halt unnütz? All in all. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. ... Dat stimmt, Prü-chan. Die Hände zu tun. Die Hände zu tun. Hände zu tun? Was ist das? Oh nein, Pichy, to die, 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 Pichy, please. Du, du wirst deinen Lieblingsglitzer vermissen. Hör, Pichy-chan, ist dein Lieblingsglitzer? Geh auf, geh auf, geh auf. Nö, irgendwoher müssen die Items ja kommen. Och nö, Arme, och nö, gibt's jetzt kein Event, ich will wissen, was mit Pichy passiert. Oh no, Pichy, don't do this, okay? Ja, hi, Uzume, Hauptevent. Oh no, Pichy-chan. 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 Pichy-chan. Oh no. Oh no, Pichy-chan. Oh no, Pichy-chan. Oh no, Pichy-chan. Tattoo. Sieht mir auch eher so nach einer Diebklasse aus. Auch wenn Juni quasi eine Diebklasse hat oder so. Trotzdem eher in diese Richtung. Oder Assassine? Irgendwie so. Eher Assassine, glaube ich. Oh, das ist eine Diebklasse. Das war's. Ich wollte dich mit einer Party fahren. Aber wenn du dich so interessierst, dann gehen wir mal. Oh, dass du deine Arbeit hast. Oh, genau. Du kannst du dir, dass du dir, dass du dir. Ja, du kannst dir. Wenn du dich mal sehen, kannst du dir sagen. Bis zum nächsten Mal. Wer ist Gershi? Wer ist das? To be honest. Es war jetzt irgendwie weniger ein Hauptevent, aber hey, es war ein Hauptevent, weil es ein Nebenevent dafür gibt. Yay, noch mehr Events. Können wir bald irgendwas machen? Ich bin mir interessiert. Ich bin mir interessiert, ich bin mir interessiert, ich bin mir interessiert. Ich bin mir interessiert, ich bin mir interessiert. Ich bin mir interessiert. Kann ich ein Eck aufbauen? Was haben wir jetzt, Uzumo trifft auf Pishi? Und für den guten Morgen ist es etwas zu früh. Aber hallo, Yuli! Okay. Ja, Uzuma, alles klar, da kommt jetzt wieder deine weibliche Seite zum Vorschein, wie Nep dich auch gerade beschrieben hat, so schön. Und ich sag mal so, Dünnerfleisch mit Salat zählt als ein gesundes Fastfood-Essen, also kannst du es als gesund einsehen. Okay, dann sind wir hoffentlich jetzt mit den ganzen Events durch, können wir das nächste Mal backtracken. Nice!